Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce. Shadow of the Phoenix. Ja, hier ist gerade richtig Halligalli. Und wir müssen gucken, dass wir schnellstmöglich ein paar Paladine uns herstellen. Ärmel hoch und los! Wo ist Urias eigentlich gerade? Ach, da oben. Na komm, halten wir mal unsere Vollpfostentruppe hier. Kämpft! Und hoffen dann, dass sie da endlich mal Ruhe geben. Also wenn sie den da getötet haben, dass sie dann Ruhe geben. Oh ja, sie kommen mal endlich zurück. Bin unterwegs! So, ihr könnt dann schon mal mit dem Angeln anfangen. Es gibt hier ja eine Fischerzunft. Und hier jede Menge Fisch. So, als nächstes bräuchten wir einen Schießstand. Noch? Auf geht's! Das Gebäude reißen wir mal ab. Also den Turm. Der ist nämlich hier schon zu stark angeschlagen. Ja gut, und irgendwie haben wir jetzt mittlerweile etwas Ruhe. Können wir unsere Paladine verbessern. Neue Fähigkeit verfügbar! Und dann bald die ersten ausbilden. Dann können wir nämlich wenigstens hier die Turm. Gebäude wurde errichtet. Komm, die die etwas besser halten. So, holen wir uns am besten nochmal fünf Arbeiter. Und unsere ersten fünf Paladine. Was kostet eigentlich die Aufwertung? Gebäude wurde errichtet. Was wünschst du ihr? Stadt entlang. Die Stadt wird angegriffen. Zu Diensten. Verteidigt unsere Stadt! So, der ist weg. Dann mal den da wegmachen. Oh. Warum kommt von unten schon eine Kampftruppe von oben ebenso? Das ist nicht so schön. Bereit für den Dampf! Gebiet sichern! Dann los! Zurück mit euch! Kämpft! Zu Diensten! Habe verstanden! Okay, das heißt, es wird noch mehr Paladine gebraucht. Schon auf dem Weg! Feindkontakt! Ärmel hoch und los! Gebt das Zeichen! Sind auf Feinde gestoßen! Achtung! Einsatzbereit! Sie schlagen zu! Gebt das Zeichen! Okay, den Ersten haben wir schon verloren. Verstärkt die Verteidigung! Gebäude wurde errichtet. Habe verstanden! Vorsicht! Erwarte Befehle! Befehl verstanden! Alles klar! Bereit für den Kampf! Einsatzbereit! Gebiet sichern! Okay. Da nutze ich mal jetzt lieber das Aria für ein paar Kleriker. Um mich oben etwas zu verstärken. Werde ich hier unten eine Verteidigung hochziehe. Habe verstanden! Dort entlang! Hier bin ich! Zeit zu sterben! Gehen wir es an! Gebäude wurde errichtet. Verfügt über mich! Gehen wir es an! Erwarte euer Kommando! Ja, hier brennen die Bratschbefehle! Die Gebäude ein bisschen... Gebiet sichern! Einsatzbereit! Okay, alles... Alles noch gut. Ich denke mal hier oben haben wir gut gesichert. Das heißt, wir kümmern uns jetzt darum, unten mehr zu sichern. Wir brauchen also mehr Aria. Ich merke gerade, dass hier ist nun vierer Aria-Schrein. Also Aria-Brunnen, Becken, wie auch immer. Was schon ein bisschen doof ist. Gebt das Zeichen! Was wünscht ihr? Ärmel hoch und los! Gebäude wurde errichtet. Verfügt über mich! An die Arbeit! Okay, ich denke mal, wir haben etwas Ruhe. Jetzt warten wir, bis wir die Zeppaladine haben, die ich gern hätte. Ja. Was kostet eigentlich das Ding nochmal? Ach, sehr viel Aria. Ja. Ja, und als erstes muss ich gucken, dass ich hier oben dann kliere. Damit ich an das zweite Eisenvorkommen rankomme. Hier bin ich. Gebäude wurde errichtet. Wird sofort erledigt. Okay, von unten kommt wieder ein Angriff. Oh, ich habe genug Aria für die nächsten fünf Paladine. Bereit für den Kampf! Marschbefehl! Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich die Klingensensor und die paar Schar hier noch wegkriege. Was wünscht ihr? Auf geht's! Gebäude wurde errichtet. Gehen wir es an! Gebt das Zeichen! Okay, eure... Verteidigt euch! Vorsicht! Sie sind hier! Ach, da kommt der Angriff jetzt von unten aus dem Süden. Oh, und ich habe genug. So. Nochmal fünf Kleriker zu rufen. Sind auf Feinde gestoßen! Ja! Folgt mir! Schnell! Na gut, sollen die sich mit den Tarsenzenläufern rumschlagen. Habe ich überhaupt mein Level-Up schon gegeben? Nein. Gebäude wurde errichtet. Vorsicht! Sie sind hier! Erwarte Befehle! Alles klar! Marschbefehl! Herr der Ruhne? Sie schlagen zu! Habe verstanden! Herr der Ruhne? Die Stadt wird belagert! Sind auf Feinde gestoßen! Wir stehen unter Beschuss! Zu Diensten! Dann los! Ich werde angegriffen! Äh, wo bin ich? Da. Jawohl! Alles klar! Marschbefehl! Zu Diensten! Dann los! Okay, ich habe einen Arbeiter verloren. Nee. Erwarte, Herr der Ruhne, hier sofort! Schnell! In die Schlachtweite! Vorsicht! Sie sind hier! Bereit für den Kampf! Feindkontakt zu Diensten! Okay, hier oben kommt auch wieder ein Angriff. Ärmel hoch und los! Irgendwelche Verluste bis jetzt? Nein. Bleibt standhaft! Bleibt standhaft! Sind auf Feinde gestoßen! Bereit! Bereit! Hier oben sieht auch noch alles in Ordnung aus! Gut! So, jetzt mal ein Hundezwinger richten! Ruhig hier! Schlacht! Si, egal! 충분! Lassel – innerhalb von unserer先生! Hände, die Hände zu ver tun und schnell!